Ich bin hier mit meinen Kollegen, abonniert alle Tix557. Was geht YouTubes TixTixTix557 wieder am Start, mal wieder mit einem Video. Diesmal so keine klassische Straßenumfrage, sondern ein kleines Kurzinterview mit drei bekannten US-Erwachsenen-Filmdarsteller. Einmal Karen Lee, Ricky Johnson und Danny, die ist so auf der Faunusmesse und ich will nicht zu viel reden. Lasst ein Like, da lasst ein Abo da, kommentiert gerne, wenn es euch gefällt und ich würde einfach sagen, wir gehen rein. Wie ist dein Name? Ricky Johnson. Und dein Name? Kirin Lee. Okay, meine erste Frage. Wie geht ihr zu Brassers? Ich habe Brassers 16 Jahre vorgebracht, mit einer absolut phänomenalen Szene gemacht und sie konnten nicht resistieren, aber mir ein Kontrakt. Okay, und wie? Ich habe eine Million Dollar dick, das ist korrekt. Million Dollar? Million Dollar-ness. Dann denke ich, dass du zwei Millionen Dollar hast und Johnny hat drei Millionen Dollar. Was ist das? Was ist das? Oh, du hast Mustard, natürlich. Oh nein, vielleicht. Ich habe eine Mussele, die counten und es funktioniert viel. Oh, okay, okay, okay. Und wo ist deine Lieblingsfamilie? Meine Lieblingsfamilie ist... ...all of them, aber... Nicht Kendra Lust? Nein, sie ist da oben. Ich würde sagen, Esperanza Gomez ist eine phänomenale Performer. Okay, und was ist mit dir die meisten Frauen? 15. 15 Frauen? Ja. Du hast alle von ihnen? Ja, alle von ihnen. Oha. Twice over. Oha, du hast eine gute Kondition. Ja, ich habe eine gute Kondition. Sehr gute Kondition, okay. Und was war dein bester Monat? Du hast die meisten Geld bekommen? Das ist die Runde. Ich kann das nicht sagen, um die Reaktion, aber sehr gute Geld. Ich denke, mehr als 10 Euro. Ja, mehr als 10 Euro. Ja, natürlich. Okay, dann du. Wie hast du in die Bräser? Oha. Oha, hmmm. We did charity work. Woda. Woda. Nein, nein. Ich habe eine Szene, und sie hat es wirklich gefallen. Und ich sah ihn an ABN und sie mich gefragt haben. So, ähnlich wie Kieran. Ich performe sehr gut und sie mich gefragt haben. Und ich bin 100 Prozent. Ja. Okay, okay. Und was war deine Lieberin? Meine Lieberin? Ich würde sagen, wahrscheinlich, alle, die hier sind. Aber nein, du musst dir eine. Du musst dir eine. Ich würde dir eine? Keira Noor. Keira Noor. Ja. Ah, diese, diese. Ja, ja. Wie viele Frauen hast du in der Video gespielt? 13. 13? Ja. Wie kannst du das? Wie kannst du das? Ich habe die Träcke, also es ist eine Karte. Aber du hast keine Träcke oder was? Nein, nein, nein. Alles natürlich? Ja. Okay, okay. Das ist sehr, sehr, sehr hart. Okay, eine weitere Frage. Ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. Ja. Nein, nein. Ich mache YouTube-Videos. Ich kann das nicht, weil meine dick ist zu klein. Entschuldigung. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Ich glaube, Sie haben 27 cm und Sie haben 29 cm. Ist das richtig? Ich bin größer. Ja, ja. Du bist ein Springer? Ja. Ja. Okay, dann schau es. Nein, es ist prettier. Es funktioniert besser. Es ist einfach, ja. Perspektive. Was ist verrückt? Wie alt sind Sie? Ich bin alt. Nein, Sie sind sehr jung. Ich bin in meinem 40s. 52. 52. Und du? 25. 25? 52. Du bist 25. Nein, nein, ich bin 20. Okay, danke für die Interview. Danke. Du willst dein Instagram-Name? Ricky Behaviour. Und dein Instagram? Sir Kirin Lee. Okay. Danke. Hallo. Hey, sag dein Name. Ich bin Danny D. Okay. Meine erste Frage. Wie kamst du in der Korn-Industrie? Es war sehr anders, als ich in. Aber nowadays, ich meine, du musst eine gute Frau finden, jemanden, der mit dir gefällt, einen guten Content zu finden. Ja. Start mit deinem Namen zu finden. Oder du kannst es von dort. Okay. Eine andere Frage. Was ist deine persönliche Position mit den Mädchen? Whatever die Mädchen mag, wirklich. Ich meine, ich habe keine persönliche. Nur, als es eine gute Chemie und eine gute Passion in der Szene ist, ich bin ein glücklicher Typ. Und die meisten Mädchen, die du in deinem Video hast? 12 waren die meisten Mädchen in einer Szene. Oh, Brof. Er hat einfach 12 gesagt. Krass. Brof. Okay. Do you think, what you have to do? After the act, you have to say it, yeah? Go and watch Charles with me. Not really. After the scene is pretty easy. Yeah, okay. How about I have to say you something? I am Arsenal fan. I'm sorry. Chelsea, I'm afraid. Yeah, Chelsea. You lost 2-1 against Brentford. I see it. We lost a lot, mate. Yeah, we lost a lot. But give Podge time. Podge with a good coach. Give him time. Don't kick him. You have to tell it to Todd Moley. Okay, then thank you for the interview. I love you guys. Thank you very much, Robert. Alright.